Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, ich stehe hier gerade im Pause-Menü, weil wir in der letzten Folge einem Scharfschützen begegnet sind. Und da ist irgendwo so geradeaus Richtung Turm, glaube ich, hat er sich verbarrikadiert. Und da der auf uns schießen will, habe ich gedacht, lasse ich mal kurz Pause bei der Ansage. Ja, er will nicht nur auf uns schießen, er schießt sogar auf uns. Wir kommen jetzt hier aber nicht mehr zurück, oder? Doch eigentlich schon, ich weiß aber nicht. Weil das Problem ist, ich habe nämlich jetzt was festgestellt. Ne, da kommen wir aber nicht hoch durch die Büsche. Ähm, das Problem ist nämlich, ich habe was festgestellt. Und zwar, habe ich, da ist mal eine andere Waffe drin, ich nehme mal erstmal die. Ähm, da wo wir nicht weiterkamen, weiß ja nicht, ob der alleine hier rumkreucht und fleucht. Da wo wir nicht weiterkamen, hat man mir jetzt gesagt, dass da ein Firefly-Anhänger im Baum gehangen hat. Also quasi da, wo die Hunde hingelaufen sind. Ja, und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass wir den nicht gefunden haben, beziehungsweise gesehen haben. Ach, da in dem Haus ist er ja. Vor dem... Äh, ich sehe ihn. Hm. Jetzt lauft Joel, komm. Okay, aber ich sehe jetzt so aktuell zumindest nicht, dass andere Leute da sind. Was natürlich nicht heißt, dass keine da sind. Wir müssen irgendwie versuchen, da hinzukommen. Erstmal eben schauen. Kann ich hier runter? Ja. Sehr schön. Da sind auch keine. Frage ist, kann ich da rum oder ballert der dann auf uns? Oh, 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 oh. Oder ballern andere auf mich? Ja, schieß doch direkt daneben. Genau. Genau, Arschloch. Wo ist der? Nein. Och, ziel doch. Mann. Wo sind die denn jetzt? Da hinten kommt einer. Komm gerne zu mir. Ich möchte dich nämlich eigentlich anders angreifen. Och, ja, bloß nicht. Und lauft Joel. Lauf. Das war jetzt nicht so gut. Aber, naja, immerhin. Kommen da noch mehr? Das waren sie, glaube ich, erstmal, oder? Eigentlich sollte der zu mir kommen. Ich hätte vielleicht reingehen sollen oder so. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe das sehr, sehr gut gedacht. Ich habe es nur nicht ganz so gut gemacht. Das sind die drei. Ich habe gerade irgendwas gehört. Genau. Wo ist er hin? Wo seid ihr denn hin? Oh, da oben ist einer. Du siehst mich nicht. Kommt zu mir. Kommt zu Mama. So ist brav. So ist brav. Oh Gott. Joel. So ist gut, Joel. Kommt da noch mehr? Habe ich da gerade rechts was gehört? Nee. Kann ich ihn mal aufladen hier? Ich kann gar nichts machen. Nee, Joel möchte gerade nichts machen. Okay. Ich dachte gerade, das ist ein Sprengfall. Aber ich sehe das richtig. Der erkennt immer wieder, wo ich bin, oder? Zwischendurch. Und sagt den Leuten das dann quasi. Ah. Bin mir nicht sicher. Da scheinen keine Leute zu sein. Aber ihn sehe ich jetzt auch gerade nicht. Moment. Nee. Wieso habe ich jetzt schon wieder die andere Pistole in der Hand? Da sind auch... Oh, oh, oh. Doch. Oh, da kommen Leute. Da kommen Leute. Äh... Macht der denn einen auf? Ich gehe da rein. Oder kommen die hier nicht rüber? Das ist jetzt die Frage. Moment. Eins, zwei, drei Leute sind das. Hier hinten kommt keiner rum. Nee. Die Frage ist halt... La, 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 la. Ach, ah, muss ich drücken. Das war's. Ja. Ich habe es wieder rausgefunden. Äh, okay. Joel. Einer ist aber noch da, glaube ich, oder? Zwei sogar. Kommen die jetzt hier nochmal rum? Oder warten die jetzt, bis ich wieder nach da vorne gehe? Sieht mir eher danach aus, als ob die warten. Ist er da drüben? Er ist weg. Er ist weg, genau. Kommt trotzdem mal nachgucken. Steht der immer noch so blöd rum? Hm. Hm. Ja, genau. Treff bloß nicht. Kein Thema. So. Ach, guckt doch einfach mal nach, wo ich bin. Ich denke, ich kann ja endlich mal einen reinlocken. Ist das euer Ernst? Ich will doch nicht gleichzeitig von dem Scharf schützen da. Oh. Ihr seid so dämlich, Leute. Ehrlich. Ja, was bist du dann? Wo ist denn der jetzt? Ach, da links. Komm doch einfach mal rüber. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich will nicht, dass der Scharfschütze mich hier abknallt. Wo ist der denn? Ist der dort? Er ist weg. Bald hab ich dich, Arschloch. Ja, wenn du mal kommen würdest und gucken würdest, ja. Aber wenn du da hinten die ganze Zeit blöd rumstehst, dann nicht. Es sei denn, ich lauf da hin. Ich weiß nicht, wie viele da sind. Und knall ihm dann einfach das Ding vorm Schädel. Das kündig auch noch. Ich kann euch immer noch sehen. Ja, und ich dich auch. Zack. So, hast du jetzt davon. Du wolltest nicht auf mich hören. Ist das denn das Haus hier gewesen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kommt man da hoch? Ja, ne? Kann auch das Haus nebenan gewesen sein? Hm. Also wenn, dann muss er auf der Seite irgendwo gewesen sein. Hier so nicht. Ich glaube, ich bin falsch. Ah, ist das doof. Ich glaube, ich muss noch ein Haus weiter. Bleib jetzt nur mal un... Oder? Uh, mein ich doch. Nein. Uh, nein. Ach ja, jetzt lad doch mal nach. Das war dein Fehler. Das zuppelt aber auch, ne? Hallo. Ich kann das nicht richtig runter machen irgendwie. Zum Zoomen A drücken. Aber dann ist das auch nicht viel besser. Du kannst es nicht ruhig halten, wirklich. So. Na. Jetzt aber. Gut, dass das Ding unendlich Schuss hat. Wohin, wohin, wohin? Ich würde mal sagen, das waren Kopfschüsse. Das war ein Schuss mitten auf dem Arm. Aber irgendwie steht der Typ immer noch. Voll auf die Brust. Und in dem Moment, wo der schießt, bewegt sich das Teil. Oh, fuck. Ja, wo soll ich denn da drauf schießen? Gar nicht das überhaupt kaputt machen. Komm raus. Nein, bleib oben. Dann schießt den halt ab. Mann. Also hierbei bin ich jetzt gerade so überhaupt nicht gut. Ich geb's zu. Aber wo soll ich jetzt hier drauf schießen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, nein. Ist das euer Ernst? Endlich. Komme ich hier nochmal raus? Hallo? Hallo? Ich würde hier gerne rausgehen. Ups. Entschuldigung, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich könnte ihn jetzt erschießen, ne? Nein, das lassen wir mal. Aber ich komme ja nicht raus. Das ist gerade mein Problem. Oh, jetzt dreh. Boah, ist das langsam. Wollt ihr mich verarschen? Kann das vielleicht noch ein bisschen schneller? Ich habe keine Munition mehr, oder was? Hallo? Oh, Gott. Oh, fuck. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaube dir kein Wort. Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie. Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich habe davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinge da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens. Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm, nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh, Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lass ihn erst mal ausschlafen. Ah. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Was ist los? Der verwandelt sich. Das ist mal keiner Bruder. Scheiß drauf. Hey. Hey. Bist du okay? Oh, mein Gott. Sam. Oh, nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren. Wenn du das alles in definitely space für anden. you.